Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Kapitel 6 der Tremany Fanfiction Exit von Dahl Darlene. Kapitel 6 Obsidian Schwarz Die neue Woche hat damit begonnen, dass ich neben meinen obligatorischen, zunehmend verstörenden Gesprächen mit Lovegood – sie hat beschlossen, nur noch ekelhaft freundlich zu mir zu sein – erneut in den Genuss eines Austauschs mit Weasley und Potter gekommen bin. Ich sollte alle Unterschlüpfer auflisten, von denen ich mir sicher bin, dass sie aktuell von den Todessern genutzt werden, und genau das habe ich selbstverständlich getan. Irgendetwas hat mir dabei allerdings das Gefühl gegeben, dass bald ein Angriff seitens der Rebellen bevorsteht. Sie greifen nicht oft zuerst an, haben es noch nie getan. Meistens sind wir es gewesen, die zuerst in ihre Gebiete eingedrungen sind und eine neue Kampfzone, ein neues Schlachtfeld eröffnet haben. Ich vermute, dass ihre neu gewonnenen Informationen über den Exit der Grund sind, warum sie jetzt in die Offensive gehen. Sie wollen auf Teufel komm raus meine Klaubwürdigkeit überprüfen. Und ich kann ihnen das nicht einmal verübeln. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich dasselbe tun. Potter hat mir mitgeteilt, dass unsere Termine, wie er es nennt, nun regelmäßiger stattfinden werden. Ich soll an diesen alles aufzeichnen, was ich weiß, Skizzen anfertigen und Vermutungen dazu aufstellen, wer sich gerade in den entsprechenden Lagern aufhält. Das ist kein Problem für mich, da ich mir in Vorbereitung auf meine Flucht alles, was ich für nützlich hielt, gründlich eingeprägt habe. Also habe ich seine Forderung abgenickt. Was dabei für mich herausgesprungen ist, ab sofort darf ich für die Kampftrainings meinen eigenen Zauberstab benutzen. Entweder Blaze oder Creevy werden ihn mir mitbringen, wenn ich für eines der Trainings eingeteilt bin. Als Potter mir diese frohe Kunde überbracht hat, konnte ich nicht anders, als ein schallendes Gelächter auszubrechen. Scheiße, sie können froh sein, dass ich derjenige bin, der sich gestellt hat und nicht irgendein anderer Tod erse. Ich für meinen Teil habe nicht vor, dieses Vertrauen, diese Dummheit, diese Naivität zu missbrauchen. Aber mit den meisten von uns hätten sie diesbezüglich Probleme bekommen. Aber gut, mein Prinzip gilt nach wie vor. Ich werde mich nicht beschweren. Noch eine Sache hat sich geändert. Während die Wachpläne und Quartierslisten, die im Atrium aushängen, dank Blaze gewieftem Zauber für meine Augen weiterhin unkenntlich sind, ist der Tagesplan von Camp Schwarz mittlerweile für mich einsehbar. Wahrscheinlich ein weiterer Befehl von Potter. Immerhin muss ich ja wissen, wann ich wo aufschlagen soll. Ein Blick auf das Anschlagbrett am gestrigen Abend hat mir somit gezeigt, dass es heute wieder soweit ist. Ich bin sowohl für den morgendlichen Sport als auch für das Kampftraining am Nachmittag eingeteilt. Und da ich auch sehen konnte, wer abgesehen von mir bei den Trainings anwesend sein wird, habe ich bereits jetzt, als ich den Duelliersaal durchquere und die Tür zum Sportraum aufstoße, ein ungutes Gefühl. Grangers Name stand ebenfalls auf der Liste für das heutige morgendliche Training. Und sofern sie nicht wieder beschlossen hat, es sausen zu lassen, um mir aus dem Weg zu gehen, treffen wir heute zum ersten Mal nach meiner Duellniederlage wieder aufeinander. Was im Übrigen auch bedeuten würde, dass wir uns heute gleich zweimal gegenseitig ertragen müssen. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass sie wieder das nachmittägliche Kampftraining leiten wird. Ich entdecke Blaze und Creevy in einer Ecke und mache mich auf den Weg zu ihnen, wobei ich meinen Blick absichtlich auf den Boden richte. Falls Granger bereits hier ist, tue ich besser daran, sie so lange wie möglich auszublenden. Heute ist Dennis Lieblingstag, verkündet Blaze und klopft Creevy freundschaftlich auf die Schulter. Wir dürfen uns heute offiziell prügeln. Creevy grinst und ich hebe zweifelnd eine Augenbraue. Handkampf? Im Ernst? Es ist nicht so, als hätte ich damit überhaupt keine Erfahrungen. Die Todesser sind nicht gerade zimperlich, was das betrifft. Auch sie schlagen gerne zu, wenn ihnen ihre Zauberstab-Fuchteleien zu langweilig werden. Dennoch ist es nicht unbedingt meiner liebste Art zu kämpfen. Erzwungener Körperkontakt ist einfach nicht mein Ding. Vielen Dank auch. Jipp, bestätigt Creevy glückselig und schiebt mich in die Mitte des Raums. Und weißt du, was das Beste daran ist, Draco? Fragt Blaze amüsiert. Sein Gesichtsausdruck kommt mir ein wenig unheilvoll vor. Dieses Training leite ich. Fabelhaft. Ich weiß, wie mir geschieht, stehe ich mit erhobenen Fäusten vor Creevy und weiche seinen schnellen und geschickten Schlägen aus. Er ist nicht schlecht und obendrein klein und wendig, was es für jemand mit meiner Größe schwierig macht, sein Tempo zu halten. Außerdem gibt er sich wirklich Mühe, aber es reicht dennoch nicht. Nach ein paar Minuten des Herumtänzelns schnappe ich mir seinen Arm, drehe ihm diesen auf den Rücken, bringe ihn zu Fall und fixiere ihn am Boden. Er ergibt sich lachend und verlangt sofort nach einer Revanche. Blaze ist derweil weitergegangen und unterhält sich mit ein paar anderen Rebellen, die mehr oder weniger enthusiastisch dieselben Übungen machen wie wir. Nicht alle von ihnen sind so energisch wie Creevy, aber Blaze ist auch nicht so ein strenger Lehrer wie Weasley. An diese Art von Training könnte ich mich tatsächlich gewöhnen. Wir wiederholen das Prozedere einige Male und hin und wieder schafft Creevy es tatsächlich, mich mit einem seiner Schläge zu treffen. Als er mich dann zum ersten Mal zu Fall bringt und danach so glücklich reinschaut, als hätte ich ihm damit ein persönliches Geschenk gemacht, bin ich derjenige, der lachen muss. Es ist das erste Mal, dass mir das passiert, seitdem ich das Hauptquartier des Widerstands betreten habe. Herrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wann ich überhaupt das letzte Mal aufrichtig gelacht habe. Daher überrascht es mich genauso sehr wie wahrscheinlich alle anderen um mich herum. Und es war zu laut. Ich beiße mir schnell auf die Lippen, lasse mich von Creevy auf die Beine ziehen und hebe den Saum meines Shirts an, um mir damit den Schweiß und die letzten Überbleibsel meines Grinsens aus dem Gesicht zu wischen. Als ich den Stoff loslasse und den Blick hebe, steht sie plötzlich da. Einige Meter von mir entfernt, mit einem düsteren Gesichtsausdruck. Ihr Blick ruht auf der Höhe meines Bauches. Ungefähr dort, wo noch vor wenigen Sekunden meine nackte Haut sichtbar gewesen sein muss, bevor das Shirt wieder darüber gefallen ist. Grinchers Augen huschen zu meinem Gesicht und wir starren uns an. Ich schwer atmend, aber trotzdem gelassen, sie geradezu empört. Sie hat ihre Hände zu Fäusten geballt und ihre Lippen so fest aufeinander gepresst, dass ihr Mund nur noch ein schmaler Strich ist. Ich unterbreche den Blickkontakt. Immerhin soll ich sie ja nicht provozieren. Wobei ich das mit meinem Lachen vermutlich schon geschafft habe. Ein unverzeihliches Verbrechen, keine Frage. Creevy verwickelt mich in eine weitere Runde und irgendwann steht auch Blaze wieder neben uns, um ein paar Anmerkungen zu machen. Ich versuche, Grinchers Präsenz mit aller Macht zu ignorieren, spüre aber die gesamte Zeit über ihre stechenden Blicke auf mir. Als ich irgendwann eine Pause machen darf, in der Blaze ein kleines, spielerisches Handgemenge mit dem übermotivierten Creevy beginnt, kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich lasse meinen Blick durch den Raum wandern und entdecke Granger schließlich neben Jenny Weasley. Beide Frauen befinden sich auf einer seltsamen, obsidian-schwarzen Konstruktion und laufen auf der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was dieses Teil darstellen soll, aber ich hinterfrage hier, in Camp Schwarz, überhaupt nichts mehr. Weasley ist schon ziemlich schnell, aber Granger ist schneller. Sie läuft, als würde sie vor irgendetwas davonrennen. Ihre Augen sind starr auf die gegenüberliegende Wand gerichtet und an ihrer Miene lässt sich nicht ablesen, ob sie Weasley, die ihr gerade irgendetwas erzählt und dabei wild mit den Händen gestikuliert, überhaupt zuhört. Heute ist sie nicht bauchfrei, aber dank des engen Shirts, das sie trägt, kann ich trotzdem sehen, wie ihre Muskeln sich bewegen. Ich lasse meinen Blick über sie gleiten, langsam und unauffällig, und betrachte ihre schlanke Gestalt, ihre verbissene Haltung und wie sich ihre Brust mit jedem ihrer Atemzüge hebt und senkt. Sogar den flatternden Puls an ihrem Hals kann ich erkennen. Ich schaue in ihr Gesicht, das von leicht feuchten Locken umrahmt wird. Sommersprossen, Sorgenfalten und ihre Augen sind ziemlich. Granger springt von dem Laufding und stürmt durch den Saal. Oh oh, jetzt hat sie ihren Blick auf mich gefeiftet, was nur bedeuten kann, dass ich nicht so unauffällig war, wie ich angenommen hatte. Vielleicht wird sie mir eine scheuern. Hat sie ihren Zauberstab bei sich? Meine Augen huschen schnell über ihre Sportklamotten, aber auf den ersten Blick ist da überhaupt kein Platz, um einen Stab zu verstecken, was mich irritiert die Stirn runzeln lässt. Ich schaue ihr wieder ins Gesicht und muss feststellen, dass es keine sonderlich gute Idee war, sie noch einmal von oben bis unten zu mustern, selbst wenn ich diesmal einen triftigen Grund dafür hatte. Sie ist ganz offensichtlich kurz davor, zu explodieren. Weasley springt ebenfalls ab und ruft Grangers Vornamen, während sie ihr nachstolpert. Es ist das erste Mal, dass ich den Namen hier höre. Er klingt unpassend in meinen Ohren. Ich kann ihn mit der Frau vor mir überhaupt nicht mehr in Einklang bringen. Granger ist schon fast bei mir und ich bin immer noch damit beschäftigt zu überlegen, was ich tun soll. Aus dem Weg springen, meinen Stand festigen, mich auf eine Ohrfeige oder einen Schlag gefasst machen? Während mein Gehirn noch dabei ist, fieberhaft nach einem Ausweg zu suchen, erreicht sie mich und rauscht an mir vorbei. Allerdings nicht, ohne mich dabei gehörig anzurempeln. Dafür, dass sie eigentlich so klein und dünn ist, steckt zugegebenermaßen eine ziemlich brachiale Kraft in dem Kontakt. Meine Schulter wird herumgerissen und ich verfolge ihren Abgang mit ausdrucksloser Miene. Weasley hastet ihr hinterher und wirft mir dabei einen verwirrten Blick zu. Erst als die Tür hinter ihrem flammendroten Pferdeschwanz ins Schloss fällt, wenden die übrigen Rebellen sich wieder ihren aktuellen Tätigkeiten zu. Was hast du getan? will Creevy verstört wissen, als ich mich zu ihm und Blaze herumdrehe. Gar nichts, erwidere ich achselzuckend und weiche Blaze Blick aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Ich-war-neugierig-habe-mich-in-ihrem-Anblick-verloren-und-sie-daher-länger-begafft-als-ich-wollte keine angemessene Antwort auf Creevys Frage wäre, aber nichts anderes war es. Cranger ist ein Mysterium und ich neige dazu, mich in eben solchen zu verlieren. Vor allem jetzt, wo ich meinen Geist nicht mehr verschließe. Trotzdem habe ich, meiner Meinung nach, nichts getan, was eine derart überhitzte Reaktion rechtfertigt. Wundert mich jedenfalls nicht, schnaubt Creevy. Cranger ist seltsam, wenn ihr mich fragt. Ich meine, sie ist brillant und so, aber trotzdem... Er verdreht die Augen, tippt mit dem Zeigefinger an die Stirn und gibt ein unmissverständliches Geräusch von sich. Jetzt wechsle ich doch einen schnellen Blick mit Blaze. Er hat mit Creevy nicht über Crangers und meine gemeinsame Vergangenheit gesprochen, da bin ich mir sicher. Was sich in Hogwarts oder in Männer abgespielt hat, ist eigentlich ohnehin Schnee von gestern und kann kaum dafür verantwortlich sein, warum sie mir gegenüber dermaßen aggressiv ist. Und das kann im Umkehrschluss tatsächlich nur eins bedeuten. Soll das heißen, sie ist immer so drauf? Frage ich Creevy gespielt unbeteiligt. Blaze verschränkt augenverdrehend die Arme. Naja, zu dir ist sie besonders arschig, aber du bist ja auch neu hier. Ich rechne es Creevy hoch an, dass er es so verpackt und nicht ausspricht, dass ich ein Todesser bin, der erst kürzlich die Seiten gewechselt hat. Sie ist aber eigentlich immer ätzend, oder Blaze? Vor allem gegenüber Männern. Eine richtige Furie. Kannst du dich noch daran erinnern, was Dean erzählt hat? Blaze stößt ein leidendes Seufzen aus. Er reibt sich unter offensichtlichem Unbehagen die Stirn und schaut Creevy, die unverbesserliche Laberbacke, resigniert an. Ah, ich weiß schon, warum ich den kleinen Herz geschlossen habe. Ich wende mich ihm gespannt zu. Was hat Thomas erzählt? Will ich verschlagen wissen. Das hier ein... Warte, wie hat er das nochmal genannt, Blaze? Einen seltsamen... Kink, stöhnt Blaze. Ja, genau. Einen seltsamen Kink hat. Ich bruste ungläubig und weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter nachhaken sollte oder es eigentlich gar nicht wissen will. Sie ist mit Thomas zusammen, frage ich stattdessen rasch, bevor Blaze dazwischen grätschen und diesen äußerst informativen Austausch beenden kann. Nein, Merlin. Creevy verdreht die Augen. Ich glaube, es sind immer nur kurze Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob sie schon einmal eine richtige Beziehung hatte, seitdem ich hier im Camp bin. Hatte sie? Ein schneller Blick zu Blaze. Der schüttelt den Kopf. Und davor? Nicht, dass ich wüsste, gibt Blaze Achselzucken zu. Er zupft an seine Unterlüppe. Ihm gefällt das Thema offensichtlich nicht. Pech für ihn. Ich finde es nämlich gerade ziemlich amüsant. Abgesehen davon verrät es mir, dass Weasley und Granger seit der Schule kein Paar mehr sind. Da sie es spätestens heutzutage nicht mehr sind, war mir ohnehin schon klar, so wie sie ihn andauernd anfaucht. Nicht, dass mich das großartig interessieren würde. Dennoch ist meine Neugier jetzt geweckt. So ist das nun einmal mit mir und den Mysterien. Alles, was mir dabei hilft, eins zu entschlüsseln, zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Und was für eine seltsame Vorliebe soll es angeblich sein, frage ich nun doch und handle mir dafür einen warnenden Blick vom Blaze ein. Ich erwidere ihn mit zuckenden Lippen. Sie lässt sich nicht anfassen, platzt Creevy heraus und wird dabei sogar ein wenig rot. Zumindest hat Dean das gesagt. Ich betrachte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen und seine Courage lässt ihn schließlich im Stich. Er senkt den Blick beschämt auf seine Schuhspitzen und rudert zurück, obwohl wir alle ganz genau wissen, worauf er damit angespielt hat. Naja, grundsätzlich meine ich. Also Emma, sie ist einfach ein Control-Freak. Das wird Dean gemeint haben. Einmal ist sie sogar auf einer Geburtstagsfeier vollkommen ausgerastet. Kannst du dich daran noch erinnern, Blaze? Cormac McLaggen hat versucht, sie zu umarmen und sie hat ihn mit ihrem Zauberstab durch das gesamte Buffet geschleudert. Nachdem sie ihn einen Kinnhaken verpasst hat, wohlgemerkt. Ich würde eher sagen, er hat sie bekrapscht, nicht umarmt. Aber ja, ich erinnere mich, erwidert Blaze. Und jetzt genug von Granger. Ihr sollt trainieren. Creevy nickt unterwürfig und ich wende mich ebenfalls ab, um wieder meine Abwehrhaltung einzunehmen. Furchtbar aufschlussreich. Nicht. Dass Granger in allen Lebenslagen ein absoluter Kontroll-Freak sein soll, überrascht mich nicht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie sich wirklich absolut nie anfassen lässt, aber ich habe nicht vor, mich selbst vom Gegenteil zu überzeugen oder die Angelegenheit anderweitig zu ergründen. Nein, diese hübsche kleine Granger-Anekdote hat mir wirklich kein Stück weiter geholfen. Das Mysterium bleibt bestehen. Ob mit oder ohne Kink. Mein Weißdorn-Zauberstab summt zufrieden, als ich meine Finger um das glatte Holz lege und ich seufze erleichtert auf. Die Magie pulsiert durch meinen Arm und ich lasse ein paar nutzlose rote Funken sprühen, um wenigstens einen Teil davon loszuwerden. Danke, sage ich zu Blaze. Er neigt seinen Kopf und zwinkert mir zu, bevor er sich auf den Weg zu Ginny Weasley macht, die in einer Ecke des Raums auf ihn wartet. Ich lehne mich in meiner üblichen, desinteressierten Haltung an die Wand und lege den Kopf in den Nacken. Es ist ein unerwartet harter Tag. Erst das Sporttraining, dann ein weiteres Treffen mit Lovegood und jetzt das Kampftraining. Ich drücke meine Wirbelsäule durch und das knackt. Vermutlich habe ich mich schon zu sehr an die Nickerchen in meiner Unterkunft gewöhnt, aber meine Schonfrist ist nun definitiv vorbei. Potter meint es ernst. Mein Tagesplan sieht mittlerweile fast genauso aus wie der der anderen Rebellen. Die Tür geht auf und Granger kommt herein. Ihre Maske ist wieder an Ort und Stelle und ich entspanne mich ein wenig. Man merkt ihr nicht an, was vor ein paar Stunden im Sportraum passiert ist. Und ich versuche, genauso unbewegt zu wirken. Für den heutigen Nachmittag habe ich mir fest vorgenommen, sie weder anzustarren, noch in ihr Training zu pfuschen. Damit sollte ich zumindest diese Einheit ohne einen weiteren Zwischenfall überstehen. Meine diesbezüglichen Hoffnungen werden allerdings bereits nach einer Sekunde erbarmungslos hinfortgewischt, denn das erste Wort, das sie ausspuckt, ist mein Nachname. Malfoy! Fuck. Ich hebe den Kopf und richte mich zu meiner vollen Größe auf. Du hast deinen Zauberstab zurückgehalten? Zuerst nicke ich nur, doch dann erinnere ich mich an ihre geflüsterte Drohung vom letzten Mal. Sie hat mich etwas gefragt, was wiederum bedeutet, dass es mir dieses Mal erlaubt ist, ihr zu antworten. Wie gnädig. Nur für das Training. Ich beiße mir auf die Zunge, um kein spöttisches Miss Granger anzuhängen, wofür ich mir wohl insgeheim auf die Schulter klopfen sollte. Wenn das hier so weitergeht, geht es nämlich nicht mehr lange gut. Fantastisch, schnarrt sie und meint natürlich das exakte Gegenteil. Sie ist offensichtlich wütend, weil ich im Trainingsraum ab sofort wieder bewaffnet bin. Vermutlich hat man sie diesbezüglich nicht um ihre Meinung gebeten. Ein Jammer. Ihre arme Autorität muss wirklich einiges verkraften, seitdem ich hier bin. Dann lass uns mal sehen, wie scheiße du mit deinem eigenen Stab bist. Verdreh nicht die Augen, Draco. Lass es einfach. Ich kann Blays mahnende Stimme quasi in meinem Hinterkopf hören. Granger weiß, dass ich nicht scheiße bin. Wäre ich es, dann wäre ich wohl kaum am Leben, geschweige denn hier. Ich hätte weder in all den Jahren einen derart hohen Platz in den Rängen der Todessergattern, noch im Anschluss daran mein Mal entfernen können. Abgesehen davon war ich in Hogwarts einer der besten Schüler und ihr somit im Punktekampf stets dicht auf den Fersen. Doch genau daran wird es wohl liegen. Ich nehme an, dass in ihren Augen unweigerlich alles scheiße ist, das nicht von exakt derselben Qualität ist wie ihr eigenes Werk. Ich setze meinen gelangweiltesten Gesichtsausdruck auf, schlendere absichtlich langsam in die Mitte des Raums und wende mich ihr gelassen zu. Wieder nur Entwaffnungszauber, vergewissere ich mich gedehnt. Sie hebt lediglich eine Augenbraue, was verflucht nochmal alles bedeuten kann. Es könnte heißen, du kannst zaubern, was du willst, du hast dennoch keine Chance gegen mich. Oder es könnte bedeuten, wenn du es wagst, auch nur einen einzigen anderen Zauber in meine Richtung abzufeuern, dann schlitze ich dir die Kehle auf. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich werde beim Expelliarmus bleiben, um auf Nummer sicher zu gehen. Und damit ich Blaze keinen Grund für eine weitere Standpauke liefere. Wieder greift sie an, ohne ihm ein Zeichen zu geben oder uns vorher anzuzählen. Scheinbar ist dieses Entgegenkommen ihrerseits den Mitgliedern des Widerstands vorbehalten. Merlin, sei Dank habe ich gute Reflexe. Mit meinem eigenen Zauberstab fällt es mir außerdem leichter, ihre Zauber abzublocken. Und nach einigen Sekunden erwidere ich das Feuer. Granger beschwört sofort ihr Schutzschild herauf und ich muss zugeben, dass es mich erneut beeindruckt, obwohl ich es nun schon zum zweiten Mal aus dieser Perspektive sehe. Blocken. Expelliarmus. Blocken. Abwehren. Blocken. Blocken. Expelliarmus. Ich halte ihren Angriff mehrere Minuten stand, bevor sie mich so weit in die Ecke gedrängt hat, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als wieder hinter einer der Säulen zu verschwinden. Sie folgt mir, als ich die Säule umrunde und dabei einige weitere Entwaffnungszauber über meine Schulter abfeuere. Heute bin ich deutlich besser und das nervt sie sichtlich. Ich merke, dass ihre Bewegungen schneller und wütender werden, auch wenn sie ihr volles Potenzial vermutlich noch nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft hat. Es gibt einen kurzen Moment, in dem ich denke, dass ich es schaffen könnte, sie zu entwaffnen. Genau in der Sekunde, in der sie ihr schwächer werdendes Schutzschild erneuert, muss sie sich konzentrieren und einmal tief Luft holen. Es ist definitiv eine Schwachstelle. Doch da es das erste Mal ist, dass sie sie mir auffällt, komme ich nicht dazu, sie auszusunzen. Ich notiere es mir mental für ein etwaiges erneutes Aufeinandertreffen. Stattdessen blocke ich wieder überwiegend ihre Zauber und presse die Kiefer aufeinander, weil es allmählich anstrengend wird. Und dann trifft sie mich irgendwann natürlich doch. Ihr Schutzschild ist unerbittlich und die Peitschenhiebe, mit denen sie ihre Expelliarmus auf mich schleudert, sind es ebenfalls. Mein Zauberstab fliegt aus meiner Hand und landet irgendwo in Türnähe klappernd auf dem Beton. Diesmal hasste ich ihm nicht hinterher. Wir starren uns einfach nur schwer atmend an. Das war anständig, erklingt eine Stimme. Ich drehe mich um und entdecke Potter im Türrahmen. Er wirbelt meinen Zauberstab zwischen den Fingern und streckt ihn mir schließlich mit neutraler Mine entgegen. Dann wirft er einen Blick auf seine Armbanduhr. Sechseinhalb Minuten im 1 zu 1 gegen dich. Er ist das ein neuer Rekordtermine. Potters Augen funkeln herausfordernd. Es war erbärmlich, erwidert Granger mit einer wegwerfenden Handbewegung. Ihre Stimme ist ruhig. Weißt du, Harry, ich wünschte, er hätte öfter an der Front gekämpft, anstatt sich anstauend zu verstecken. Wenn ich ihn in eine der Kampfzonen erwischt hätte, würde er nämlich heute nicht hier stehen und meine Zeit verschwenden. Ihr Blick liegt auf meinem Gesicht. Ich erwidere ihn für einige lange Sekunden, bis ich das Gefühl habe, an meiner selbst auferlegten Granger-Provokationsgrenze zu kratzen und mich schließlich abwende. Ich weiche an die Wand zurück und lehne mich wieder dagegen. Lasse mir nicht anmerken, wie sehr ihre Worte mich aufwühlen und wie wütend ich jetzt bin. Granger stellt mich dar, als wäre ich in all den Jahren ein Feigling gewesen und das ist einfach nicht wahr. Ich habe mich nicht versteckt. Ich habe sehr wohl gekämpft. So lange, bis ich in den Rängen weit genug aufgestiegen war, um es nicht mehr allzu oft tun zu müssen. Flüche, Schmerzen und Tod waren jahrelang mein Alltag, genauso wie es ihrer immer noch ist. Wenn ich in einer der Kampfzonen auf sie getroffen wäre, dann hätte ich gegen sie gekämpft, kein Zweifel. Ob es mein oder ihr Glück war, dass es nie dazu gekommen ist, sei mal dahingestellt. Sie tut so, als wäre ich nichts als eine Belastung für den Widerstand. Dabei bin ich in der Wahrheit ein Werkzeug für die Rebellen, für Potter und auch für sie, wenn sie es denn zulassen würde. Ich habe im Schlamm vor dem Zelt der Nachtwache auf meinen Knie darum gefläht, dieses Werkzeug sein zu dürfen und seit mehreren Wochen beweise ich, dass ich es sein kann, indem ich mich benehme, mich unterordne, mein Wissen teile und sogar durch ihr dämliches Bootcamp hüpfe. Granger hat absolut keine Ahnung, was sie da von sich gibt. Ich male mit dem Kiefer und rufe mich innerlich zur Ruhe. Der Drang, mich zu okkludieren, ist heute enorm groß. Um all das auszublenden, um diese Wut nicht zu spüren, um meine lässige Fassade zu bewahren. Aber ich habe mir geschworen, es nicht mehr zu tun, also schlucke ich das Verlangen abermals resolut hinunter. Ich atme ein, dann atme ich aus. Noch einmal tief ein, dann beruhige ich mich endlich. Potter verlässt mit einem letzten Blick auf Granger den Raum. Scheinbar hat er nicht das Bedürfnis, irgendeinem der anderen Rebellen beim Training zuzusehen. Er war ganz offensichtlich nur wegen mir hier. Vielleicht wollte er schauen, was ich mir beim Zauberstab anstelle, sobald ich ihn in die Finger bekomme. Aber ich habe mich an alle Spielregeln gehalten. Und zumindest das ist jetzt ein kleiner Triumph. Nachdem die Tür hinter Potter zugefallen ist, fährt Granger unbeirrt mit dem Training fort. Ihre Machtdemonstration ist beendet und sie ignoriert mich für den gesamten Rest der Stunde. Ich komme kein weiteres Mal in den Genuss, meinen Zauberstab zu benutzen. Blaze beobachtet mich hin und wieder mit einem nachdenklichen Gesicht. So. Und damit sind wir am Ende des sechsten Kapitels angelangt. Ich kann euch noch kurz die Anmerkung der Autorin am Ende des Kapitels vorlesen. Die heißt, das nächste Kapitel ist eines meiner absoluten Lieblinge, denn damit starten wir ganz offiziell den Schermaini-Teil. Seid ihr bereit dafür? Und ja, jetzt ist die Frage, seid ihr bereit dafür? Ich freue mich riesig darauf, euch beim nächsten Kapitel wieder dabei zu haben. Und bis dahin, habt eine wundervolle Zeit. Und ja, wir hören uns. Ganz liebe Grüße, eure Kauli. Bis zum nächsten Mal.